Hallo und herzlich willkommen. Es gibt Veränderungen in meinem Depot. Ich zeige dir meine Neuzugänge und meine Verkäufe. Wie immer freue ich mich sehr über deinen Support. Also, solltest du mich noch nicht abonniert haben, dann hol das doch bitte nach. Ebenso würde ich mich sehr freuen, wenn du dieses Video likest. Und nun viel Spaß mit diesem Video. Ich spreche hier ausdrücklich über meine Situation. Dies ist also keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung und ich kann daher auch keine Haftung übernehmen. Solltest du also gerade mit der Börse beginnen, dann schau lieber nochmal bei meinem Echtgeld-Depot vorbei, denn das habe ich extra beginnerfreundlich gemacht. Ich möchte nämlich, dass du langfristig Erfolg und Spaß an der Börse hast. Ich verlinke das hier auch nochmal oben rechts in der Ecke. Du findest es ebenso auf meiner Webseite beginnjetzt.de Kommen wir nun zu meinen Verkäufen. Getrennt habe ich mich von Facebook und Kion Group. Ich brauchte Geld, um es in andere Projekte zu investieren, von denen ich mir zumindest für die nächsten Monate mehr Rendite verspreche. Kion Group ist außerdem in einem meiner ETFs für Robotik mit dabei. Und Facebook leidet offensichtlich aktuell gerade unter der drohenden Regulierung des Staates, ebenso dass Apple-Nutzer das Werbetracking deaktivieren können. Vielleicht springe ich hier zu einem späteren Zeitpunkt wieder bei Facebook auf. Das wird die Zeit zeigen. Ebenso hatte ich noch zwei Short-Positionen auf den DAX, weil ich Ende Januar davon ausgegangen bin, dass die Märkte deutlicher korrigieren werden. Doch das taten sie zum Glück nicht. Und daher habe ich diese zwei Positionen mit einem kleinen Verlust verkauft. Kommen wir also als nächstes zu meinen Neuzugängen. Mein erster Neuzugang ist Skyworks Solutions. Dies ist ein Chip-Zulieferer für 5G-Anwendungen und hat unter anderem Samsung, Asus, Oppo, Viva, Xiaomi und vermutlich auch Apple unter Vertrag. Skyworks beliefert dazu noch führende Netzwerk-OEMs, darunter Cisco, Netgear, TP-Link, Aruba für 5G-Router. Im ersten Quartal explodierten die Umsätze um 58% auf 1,5 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn je Aktie landete bei 3,36 Dollar. Für 2021 erwarte ich daher ein KGV von 15 auf Basis der Gesamtergebnisse. Ein KGV von 15 bei einem Umsatzwachstum von über 50% halte ich nach wie vor für sehr günstig. Ich bin gespannt, ob das der Markt auch so sieht. Ebenso gehe ich davon aus, dass wir gerade noch am Anfang stehen. Das heißt, 5G hat eigentlich noch die ganzen Umsätze vor sich. Ebenso hat Skyworks ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar angekündigt. Eine weitere Aktie ist die Schaeffler AG. Das ist ein Auto- und Industriezulieferer. Und Schaeffler rechnet in den kommenden Jahren mit deutlich mehr Aufträgen bei den Teilen für Elektroautos. Und Matthias Zink, Vorstandsmitglied und Chef der Auto-Zulieferer-Spartner sagte, ab 2022 rechnen wir mit jährlichen Aufträgen in einer Größenordnung von 2 bis 2,5 Milliarden Euro. Deswegen bin ich hier investiert. Und zum Schluss noch zwei Werte, die einer womöglich stärker werdenden Inflation etwas entgegensetzen können. Ich erwarte hier eher eine gemächliche Bewegung, denn es handelt sich hier um ein richtiges Schwergewicht. Aber mit überzeugenden Perspektiven auf Sicht der nächsten Monate. Vale ist einer der größten Bergbauunternehmen der Welt. Rohstoffe bekommen derzeit Rückenwind von vielen Seiten. Und genau daher möchte ich diesen Rückenwind gerne nutzen. Haltet Dauer ein paar Monate. Meine zweite Idee, Constellation Brands. Das Unternehmen besitzt mehr als 100 Marken im Bereich alkoholischer Getränke und ist zudem auch im Cannabis-Sektor vertreten. Das Schwergewicht läuft nun endlich in die gewünschte Richtung und hat kürzlich ein neues Allzeithoch markiert. Je mehr Inflation der Markt einpreist, desto stärker dürften die Papiere dieses Konsumgüterherstellers davon profitieren. Dies waren meine Neuzugänge für Februar. Welche Aktien oder ETFs haben bei dir den Weg ins Depot gefunden? Schreib mir dazu gerne einen Kommentar unter diesem Video. Ich freue mich wie immer von dir zu hören. Bis dahin. Ciao.